Kennst du aus den Abbey Road Studios das Ding hier? Da standen mal noch mehr, aber Lenny Kravitz hat sich die Red 37 Konsole irgendwie für sein Studio organisiert. Wahrscheinlich für einen guten Deal. Waves haben sich diese Konsolen vorgenommen und auf Herz und Röhre geprüft und emuliert. Wenn du also auf modern Vintage Sound stehst, modern Vintage Sound, whatever, dann zeige ich dir auf jeden Fall, wie das Ding funktioniert. Mit der Konsole können wir das Stereo, Duo, Mono oder mit Zeitsignal bearbeiten. Wir haben hier einen High Shelf und einen Low Shelf. Wir können auch den Low Shelf nochmal abändern und sagen, wir wollen hier einen 50 Hertz Boost. Der aber auf der Gitarre hier schon ziemlich extrem ist. Oder wir können auch das Low End 10 dB absenken. Mit dem Gain erhöhen wir nicht nur den Input, sondern bringen auch mehr Farbe ins Signal. Auf der anderen Seite könnt ihr hier das Monitoring nochmal ändern und mit dem Drive noch mehr Farbe dazu bringen. Dann gibt es noch diesen Analog, den finden wir bei Waves öfter. Den würde ich aber eigentlich immer auslassen. Ich benutze dieses Plugin auf jeden Fall für diese Gitarren. Wenn du auch diesen legendären Abbey Road Sound haben willst, dann guck doch mal auf der Seite von Plugins Masters vorbei. Da gibt es nicht nur dieses und mehr Plugins, sondern auch immer regelmäßig Rabatte und auch Giveaways. Wenn du deinen nächsten Song professionell gemischt und gemastert haben willst, dann schreib mir eine Nachricht und wir sprechen über dein Projekt. Und dann schreib mir ein paar Mal. 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 Vielen Dank.